hallo meine freunde da sind wir wieder ja painkiller zeit mit den abgefahrensten waffen so die es wirklich in shootern gibt ich meine okay es gibt noch andere shooter aber zumindest die die ich zurzeit spiele so hier goldmütze ganz wichtig mitnehmen bling jetzt wirklich goldenmützen einsammeln ja das ist wirklich jetzt hier meine mission ach was soll es nehmen sie mal mit hier auf der anderen seite war ich schon die waffe ist nein ich dachte die waffe da hätte ich doch beinahe eine waffe übersehen vorhanden da hast du story hallo story du sollst keine götter haben du sollst dir kein bildnis machen du sollst gottes namen nicht missbrauchen du sollst den sabbat ehren ehre vater und mutter verdammt was ist das denn kann schon stimmen hier ist ja hell yeah was war das denn für ein random was auch immer ich habe eine neue waffe gefunden sehr geil sehr schön sehr schön mein freund so ruhig hier unten das ist ungewohnt halt falsche richtung na da ist eine grafik hängen geblieben gerade so da war ich schon drin da war die waffe dann muss ich nach da drüben wunderbar dumm di dumm di dumm du dumm kanalisation ist mein freund hallo wo ach so ne waffen wollen wir hier unten warten und gucken bis einer kommt na na wo bist du kommt keiner ne sorry sorry bro deine halbdicht war da oben aber tut mir leid ah hinter mir er hat aber auch kein aim hier der typ oder kann sein deine seele gehörten dir so gucken wir mal an die ecke mannition und was ist hier delayed delayed wohin fahren wir denn überhaupt hier amsterdam berlin bonn essen gute bier liebe von frau was stand da deutschland alles delayed liebe von frau was für ein schwachsinn ist das gute bier deutschland alles liebe von frau schon klar meine lieben spiele hersteller schon klar wir haben euch verstanden deutschland alles na nicht ins lauffallen so da gehts ja nach oben da gehts ja nach oben oh das ist wieder eine waffe das ist dieselbe waffe oder dann hier wieder geschenk in zürich yay gute bier deutschland alles ach fickt euch ey die hexe die hexe schon klar haha natürlich die warten nicht wirklich an auf den zug oder ey wie die aussehen und die waffe habe ich die waffe schon weil sonst will ich durch die mitte gehen also hier steht irgendeiner ne oh ups sorry wir halten gerade schon mal so aus hier die kerle ey mit mir am sack oh ich komme nicht mehr raus hallo roma tschüss auch mal äh noch einer bam das ist jetzt sehr amüsant hier dieses land muss ich sagen mit den homers und so wie sie an der bahnsteigweiten war nicht vorhin einer an der maschine hier drüben nö ne ich darf die Waffe nicht vergessen hau da drüben sein hallo du tschüss yay oh da drüben wollen willst du Hunger? wollen willst du denn? saftsack oh noch mehr Gegner yay alles meins oh wie sie immer schön in die luft fliegen hier ich spiele nach meinem Geschmack ich stehe da noch eine Mülltonne rum ja was soll ich da zu großartig sagen ich bin totale Gemetzel hier schön wie sie alle durch die Gegend fliegen auf jeden Fall meine Rakete lasse tut seinen Job du hier wow beinahe andere Raffe benutzen hier ich bahne mir den Weg zurück ah drüben geschossen verdammt na 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 mein Freund bist du aber ganz schön der Alters heute was hinter mir warum schießt du denn eigentlich hier ich muss mich mal verstecken hier schnell weg hier nein nein schon wieder vergessen was ich gar nicht verstecken hier du Penel da Dauerfeuer immer rein in die Masse uh schaut euch mal die Treppe an das sieht nicht gut aus wer das sauber machen muss der tritt mir ein bisschen leid nicht okay ich muss durch die Züge durch hier auf die andere Seite so wie es ausschaut da oben leuchtet schon so verdächtig rot da müssen wir wahrscheinlich hin witziges Level hier der Bahnhof oder finde ich ah shit da geht es nicht weiter super warum sagt mir das denn keiner dann renne ich da hinter die Ecke und dann komme ich nicht weiter yay ah dahinten ist noch Munition die soll ich noch mitnehmen aber voll das Sampfgelage hier am Bahnhof oder schaut mal ja hier überall diese Flaschen ey Dosen die wie Beton hier am Boden stehen die man einfach nicht wegschießen kann hm komisch komisch ok komme ich da vorne weiter ja da ist eine Treppe da ist eine Treppe ja ich komme überall weiter dann gehen wir doch mal hier durch hier in den Zügen gibt es aber keine Geheimgänge oder so oder hinter den Treppen irgendwie hier ah jetzt muss ich da doch runter ey wie behindert ey dann schauen wir doch auch mal da runter was ist das denn yay Geheimbereich entdeckt wie geil war das denn jetzt mal vorher groß hätte ich von hier oben alle weggesammelt ja und jetzt komme ich hier wieder runter toll soll ich hier Kamikaze wer jetzt nicht runterspringen oder was aber ich das hasse bei dem Spiel immer kann ich irgendwo so eine Kante springen oder irgendwas hier irgendwie nein 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 oh cool nichts passiert naja ich habe einen Geheimbereich entdeckt das ist doch die Hauptsache ich glaube das ist das erste Mal dass ich so einen Bereich entdeckt habe oder hier entdeckt der heilige Gegenstelle 0 gefunden Rüstung und Geheimbereich 2 immerhin Munition und hier drunter muss es auch Munition geben natürlich perfekt alles voll geladen Gucken habe ich jetzt hier für meinen Raketenwerfer auch die Sekundärwerfer ne leider nicht schade ich dachte hätte ich schon irgendwie eingesammelt mit denen so Bahnhof zweiter Teil oh das sieht wieder mies aus das sieht mies aus kommt er von hinten weg natürlich na komm wie viel hält der denn aus hier die halten alle ganz so viele aus hier hinter mir ist da auch noch einer der rumballer kann gut sagen wir mal egal sein ach zack seelen 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 da fängt die auch so runter ho 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 komm fahr jetzt mal runter hier er trifft mich auch überhaupt nicht der Typ kann es sein ach komm da füßt euch keine Ahnung was ich hier hier schnell Munition damit schon lange nicht mehr benutzt jedes Tag oder komm 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 gut es gibt noch Gegner so wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr komm rennt schneller du Schlampe komm rennt schneller du Schlampe töte sie alle wo wo ist die hin gefetzt hat ist einer hinter mir komm 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 kann das nicht hier spawnen oh nö nicht so viele hier oh oh die haben ja ganz gut erwischt würde ich sagen ordentlich zerlegt hier den Haufen mehr seelen für mich da kommen sie von mir ein bisschen brutzeln die Kollegen dass ihr langweilig wird sie alle abzappeln ey siehnen 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 ah das ist meins oh da gibt es noch mehr davon kommt komm komm wie soll der wegfliegen ey fly high in the sky so alles meins da alles meine seelen mehr davon mehr davon mehr davon mehr davon so alle weg okay ein bisschen Munition einsammeln schadet nie hier dumm dumm so wie ist denn die sekundär von meinem verschissenen Raketenwerfer hier warum sehe ich die das nicht ah hier ah ne minigun oh oh erstmal Munition sammeln klang nach action oder hier ist da oh da ging gerade was auf oh da gehen mehr auf war ich da drüben schon jetzt ist der Eingang vom Bahnhof oder muss ich hier nach links ich weiß es nicht ich weiß es doch selber nicht wo lang muss ich denn oh 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 ok hier lang muss ich ok ein bisschen random hier in die Gegend feuern mann ey treffe ich auch mal irgendwas hier da sind auch Ommas hier da war noch was Entschuldigung ja Mädels hier was ist mit euch los ihr seid nicht drauf hier wie OP ja das war ein kurzer Ausdruck hier in Ommas beste weiß ich auch nicht und diese Anzeigetafel ist auch darüber dasselbe oder? Gute Bier Deutschland alles alles klar alles klar Deutschland alles wer auf diese Idee gekommen ist das da reinzuschreiben ich weiß es auch nicht so wir rennen wir wieder zurück zum Checkpoint oh haben wir noch ein bisschen Geld mitgenommen ganz wichtig so Check the Pointe ok da drüben die ganze Zeit was aufhören das soll so ein Geräusch immer Safe Point so Munition sammeln sollte reichen sollte reichen will ich da rüber ich glaube nicht will ich da rein ja erstmal da reingucken oh da oben hat der neben geschossen? nein sagt schon schnell hier Body Armor oh immer schön einsammeln den Mist hier komm 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 hier irgendwo noch ein Gegner hier ein Gegner irgendwo die Musik läuft noch die Musik läuft noch also muss hier ein Gegner sein was ist für ein Schutzball hier? ist der noch runter gefallen na wo bist du? wo bist du Sack? wo ist meine Raketen? wow ey seh ich denn bitte blind oder was? wo ist sie? ah da tschüss na endlich ich dachte schon es wird gar nicht mehr auf gut das hätten wir auch geschafft schön hier die Ecke mal durchgeforstet na wo ist hier mal Checkpoint? wo ist mal Checkpoint? da juhu so meine Freunde Checkpoint Time ich würde sagen das nächste Mal wenn es weiter geht schauen wir mal darüber was da so los ist und ähm ja dann sehen wir uns wieder ciao macht's gut